Madame et Monsieur, ein neues Let's Play ist angebrochen, mit Koja und Scooby. Diesmal spielen wir Clonk Rage. Fällt dies nicht gern? Kann man es auch schwer beschreiben. Kurzformat, zwei Clonks. Ich versuche so viel Erz wie möglich, eigentlich das gesamte Erz einer Landschaft zu minen, für alle WoW-Kenner. Da gibt es dann auch pro Level immer ein paar Probleme, die es zu lösen gilt, um an das gesamte Erz ranzukommen. Und den Rest werdet ihr eigentlich im Verlauf des Let's Plays sehen und verstehen und vielleicht auch lieben. Genau, wir spielen die Mission der Reihe nach und die Schwierigkeiten nimmt immer weiter zu. und die sind schon ziemlich knackig schwierig, muss man sagen. Wir spielen sie natürlich alle durch, kein Problem, ihr kennt uns ja. Solche Projekte sind einfach eine Spezialität und da stürzen wir uns auch schon ins Geschehen. Und by the way, Teamkill ist quasi an. Das stimmt. Und ja, man kann auch Selbstmord machen. Es ist ein realistisches Spiel. Und jetzt bitte anzumerken, die Auflösung ist so crappy, weil das Spiel nicht mehr zulässt. Sonst wird es immer kleiner, weil das Spiel selbst keine Interpolation der Pixel machen kann. Und hier wir gehen. Pixel ist Pixel, ihr wisst. Und deswegen, ich würde gerne auf höhere Auflösung, auf HD und auch darüber hinaus Videos reinstellen. Geht nicht. Vielleicht kann ich das fixen über irgendwelche Sachen. Aber naja, wir müssen erstmal damit so leben. Sonst ist das Bildschädig klein. Ich denke, so ist jedem geholfen, ja. So, ich versuche hier... So, was haben wir denn im Schuppen eigentlich schon da? Die Bambushütte. Inhalt. Ist leer? Was ich eigentlich versuche? Bauauftrag. Das wollen wir. Wir wollen nämlich einen Fahrstuhl bauen. Und brauchen dafür zwei Eisen und vier Holz. Haben wir schon irgendwas? Nee. Man muss das kaufen. Wir haben 120 Gold. Dann kauf das. Das sagst du jetzt einfach. Ich glaube, man muss nämlich hier rein. Oder? Ne, man hat hier doch... Ne, die Bambushütte ist auch, ja. Ähm... Ich muss noch die Flagge ablegen. So. Ob er mich die überhaupt hatte. Keine Ahnung. Hier ist irgendwas falsch gelaufen. Ich weiß nicht, wie das ja funktioniert. Ja, man muss wissen, wir haben es auch schon ähm... etliche Zeiten nicht gespielt. Kaufen nicht möglich. In der... Sieh ich? Energieversorgung in Scrabby. Aha. Ist gut. Ah, ich kauf jetzt einen Fahrstuhl. Wie heißt meine? Joshua? Jeschkan. Joschkan. So, wie nehmen wir nochmal Sachen entgegen? F. Nee. Ah, ich weiß. C? C ist es nicht. Gucken. Joschkan. Nee. Ich will die nicht Joschkan. Nein. Warte, was? Joschkan. Jetzt mach doch mal was. Fabrik für Fahrzeuge und schwere Waffen. Nee. Ich hab ne Idee. Man muss hier rein. Und hier? Aha. Den Bauauftrag für den Fahrstuhl geben. Was hab ich? Nein! Nein! Ich weiß! Oh mein Gott, Kohle. Die Schüppel sind total. Unter... Untergrabe nicht unsere ähm... Hüte? Guck mal. Er kackt das. Hä? Dude, kann man vielleicht nur wenn die Flagge da drin ist? Das könnte sein. Wo hast du die Flagge hingebracht? In das Hauthaus. Nice, Kohle. Nice. In die Werkstatt. Aber das ist glaub ich falsch. Das muss nämlich hier rein. So. Ha! Ha! Kaufen! So, you guys. Was brauchen wir? Vier Holz und zwei Eisenträger, soviel ich weiß. Oh shit! Ich hab 15 gekauft. Yeah. About that. Ähm. Inhalt? Werkstätts? Der. Ah! Bauauftrage, guys. Fahrstuhl. Wo... Wo baut er denn jetzt? Bleibst du wohl stehen? Ich glaub er baut nur den... Nein! Oh... Nein! Greif ihn! Greif ihn! Nimm das mit, Kohle. Oh nein! Nicht helfen! Ah, der Bauauftrag. Ist ja nur der Bauauftrag, ja? Das heißt, du hast noch nichts verloren. Mach's kaputt, Kohle. Ich baue hier noch einen. Soll ich's kaputt machen? Ja, mach's... Oh shit! Ich mach's kaputt, Kohle. Warte. Geh's nicht. Geh's nicht. Ich... Ich komme... Ich komme wieder, keine Frage. Nein. S. Ne, auch nicht. Hä? Shit. Ehm. Joschka. Ich hab... Ich hab irgendwas hier in der Hand. Oh, oh. Oh, danke Scooby. Toll. Danke. Tschüss. Genau, grab mich da raus. Das ist gut. Grab mir so ein... Uff. Ähm. Warte, ich... Genau. Einfach so ein Stück runter hier. Ja. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Nimm, 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 nimm. Nimm. Juhu! Huh. So. Nimm, nimm, nimm. Man kann das nicht weg, mein Volker. Oh! Oh, nein. Ich möchte den Bauauftrag bitte zurückziehen. Bauauftrag. Ah. Nimm, 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 nimm. Nimm, nimm, nimm. Man macht's mit Drag and Drop. So. Drag and Drop. Also ich... Werd jetzt hierhin Fahrstuhl in Auftrag geben. Oder kannst du den Auftrag direkt hierhin machen? Ja, danke, dass der Fahrstuhl automatisch hierhin fällt. So, ich... Ich baue jetzt hier ein. Oh mein Gott. Eben hatte ich's, aber er ist hängen geblieben an dem Scheiß. Und da grabe ich hier nicht unsere ganze Area. Nee, das muss auf einer glatten Fläche stehen. Oh, stimmt. Oh, cute. Oh nein. Ich hab ihn eben gegraben. Oh, cute. Das ist das Drecksding vom Bauauftrag. Das kriegst du nicht kaputt. Nein. Und jetzt? So, wo hab ich das Ding hingeworfen? Hast du's? Ja. Ich glaub's. Benutzt es? Ich hab das glaube ich... Aber ich glaub's. Baustelle errichten? Warte. Oh, nice. Ich hab' ne Idee, dass viel Zukunft... ... 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